Toll! Eine Runde als Binosauron-Bus! Das haben wir doch tatsächlich nur noch hingekriegt, dass man hier so zu... Wenn man die Ursprungsskinnen nimmt, dann tatsächlich als Schild ausmacht. Das ist mal... Das ist immer alles offiziell im... Eröffnet-Mode. Nicht mehr Geld für Chopper. Nicht nur. Oh, jetzt noch ein T-Lotsergang. Damit richtig knallt. Das erste Mal, dass ich überhaupt Zwiebel ausstüttel. Habe ich bis jetzt nie die Möglichkeit dazu gehört? Ich brauche noch Menschen. Jetzt sind die Grenzen. Mal sehen, wie sich jetzt angefragt... Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! Give me! Und da ist der andere! Der Kompi! Der kleine Kerl hier! Oh! Putti Putti! Dort umgefallen! Ich weiß nicht! Oh! 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 Du gehst einfach! Oh! 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 Ah, komm! Ja. Na, Büchern hier. Oh, oh. Funktioniert. Wie der Rasen. Nein, den Spinner weg jetzt. Das geht aber nicht ab. Ach, lass das. Das geht nicht ab. Da muss man gehen. Da muss man gehen. Da muss man gehen. Da hinten ein Sniper draufsetzt. Geht da eben nicht irgendwie? Ja, komm, das wird gut. Aber ich diesen doch nicht mal. Okay. Erstmal. Ein bisschen Dampf oben hier. Sobald mir das möglich ist. Ich muss sagen, wenn ich das dran gewinnen, dass ich auch noch schlagen kann. Oh, kommt ja gar nicht durch. Uha. Ein Haie-Bullt. Ein bisschen Kollegen. Wenn sie dann da sind. Oh, ja. Toll, meine Säge bleibt mir hin. Wie klein ist das denn? Ich bin doch an alles gedacht. Ja, das ist ja der richtige. Verdammt. Das ist der richtige. Verdammt. Verdammt nochmal. Genau von die weißen. Oh, ja. Ja, komm. Gibt es welche? Für einen unteren. Oh, ja. Da. Mann. Wieso? Ich bin jetzt tatsächlich. Dann k varit ei, wann ich den dados machen? Ja. Mann, der geht so dummer am Achtung auf dich aufzuregen, kleiner Raptor, ich bin das. Ich bin das, 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 ich bin das. Zack, knallt, Backpfeife. Ich sehe nicht, dass alle da sind. Draußen scheint die Sonne und ich sehe da nicht. Ich meine, wie geil ist das? Wenn ich jetzt einen Dazus mitzunehmen, weil ich nicht sehe. Ah, jetzt sehe ich das. Oh, komm, weg, weg. Oh, da bist du. Wir sind hoch. Ich sehe das. Ich sehe das. Was will ich nicht jetzt mit der Sonne scheinen? Und wieder daneben. Ja, ich bin wohl der Granatenschutz raus. Ja, wir stehen jetzt mit der Sonne scheinen. Ich hab das hier aufzurecht. Dass die Sonne scheinen. Ah, aber ich so, du passt hier nicht durch, was soll ich denn das? Was nehmen wir denn? Komm! Ratsch, ratsch! Und dann muss ich ruhig auch... Was ist denn da? Warum eben was? Wo sind sie denn dann alle hier? Die ganzen Trollers hier. Die ganzen Trollers hier. Und dann... 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 Und... Und dann... Ich will... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... So, dass man so durch Wände durchbeißen, durchschlagen. Das wird so, hol die Mataronte. Markier uns die Menschen, Zweig uns beviset. Ich muss sagen, dass ich mir das nicht verletzt habe. Mindest sein. Was ist denn da hinten? Hm, vielleicht nicht. Kommen Sie durch? Mit meinem Segel? Ja, ist gut, dass wir sind. Was denn? Kommt nicht, was denn? Oh! Wo ist das weiter? Ich muss aber ja, bitte gut. Ah, danke! Danke, danke, danke! Tausend Dank! Oh Gott, Giffen! Giffen! Gib mir den Verklungen! So, der sagt. Warte, Kondiparty. Richtig, Kondiparty ist nur das, was ein Schadenkumpel ist. Ich muss da nicht mehr die ganze Gruppe Kompisen haben. Ah ja, weiß nicht dahinten. Come to me! Wenn du was von mir losst. Ja, 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 sehe dich! Ich sehe dich nicht mehr, scheiße. So. Ich bin blind. Ich spiele hier halt blind. Wer ist wer? Wer ist wer? Das weiß wohl nur Gott. Ein Jumping, ein Jumping. Boah. Das ist irgendwie nützlich. Warum alle? Ah, ist doch hier. Ich bin 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 hier. Oh, okay. Ich bin hier. Oh, dann kommen wir. Oh, dann kommen wir. Oh, das ist gut. Ach, die sind noch in einem Dinksenfall. Ah, abnehmen wir das einmal? Oh, ein Kopf. Von mir! 12 vor 2, ich weiß nicht. Ja, also das ist 7 Stunden später. Äh, Quatsch. 4 Stunden später. 2.5, das ist 4 vor 30. 1.5, das ist 4 vor 30. 1.5, das ist 4 vor 30. 2.5, das ist 1.5, das ist 1.5 bis 4.5, das ist 4 vor 50. 2.5, das ist 5 lots. weil ich hab dann schon rausgezogen sie haben gefördert hier die BM-Betsche Das ist der Fall, das ist der Fall, das ist der Fall, das ist der Fall. Ich hab mir noch ein paar Hände erinnert. Ich hab schon mal die Rückmeldung bekommen. Nein, abbast nimm deinem Braus. Gib mir das hier hervorherde. Blatt! 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 Oh, Blunder! Ich weiß nicht, ob ich rauskomme. Wie kommt das doch raus? Scheine! Oh, ich kann das nicht so gut machen. Oh, ich kann das nicht so gut machen. Ich könnte tatsächlich durchschlagen. Ah, hier. Ah, das Segel ist ja nicht teilweise gut. Batsch! Scheine! Ja, ist gut. Oh Gott, Schöner, ob es mir so ist, dass man noch zuschlagen kann. Ich denke mal, ob es eine Weißartigung angewiesen ist. Oh, ich glaube ich soll das hundern. Oh, ich habe das nicht so gut machen. Oh, ich habe das nicht so gut gemacht. Ich habe das nicht so gut gemacht. Oh Gott, ob ich den Kompis da draußen sehe. Was ist das hier? Himmel und Eis, weiß ich. So, so ein bisschen mehr da oben. Habe ich immer mitgenommen. Oh, was ist das hier? Oh, was ist das hier? Oh, das ist doch nicht der Lander. Hallo? Ah, ich bin jetzt in die Kissen. Oh, ein Polos. Also Polos. Ich kann sich auch gern mal was anladen, dass man denkt, dass ein Nub ist auf der Schuhe. Tja, komm hier! Na durchlang hier! Der Staat war drin! Hier ist Zecke! Was? Was ist los? Ich bin tot! 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 Was ist denn... Wo ist denn? Wo ist denn... Wo ist denn da? Oh, ich höre nicht... Oder was? Ich höre! Gedimmtest du? Oh, ich bläse hier. So, der nächste. Der nächste, das ist auch ein bisschen unfair hierzu. Wie viel sind wir? Zwei, vier, sechs, sieben, 14 Leute und dann zwei so einen großen Rock. Oh, weg. Ich weiß nicht, wenn sie separat gezählt werden. Und dann? Was steckt denn jetzt hier? Das ist ja alles. Jetzt wird er doch nicht drin, versteckt. Wie lecker? Wie lecker? Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Oh, Flugzeit und Blöcken... So, eben, sozusagen. Zumachen hier! Mal, ein, zwei, zwei. Oh, nein. Ein Kollege. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Schlimmer wäre gut. Ich will das mal empfehlen. Oh, nein. Hier hat man sich wieder um aufs Dach. Er krümmelt. Oh, nein. 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 So ist es nun mal. Aber es ist auch, wie gesagt, also, okay. Jetzt gerade hier bei 15 Leuten. Und dann zwei sind wir. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Lecker. Oh, nein. 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 Wir werden jetzt auch nicht die Länge des Schnauzes vergessen. Und deswegen können wir alle Probleme bis dahin picken. Ja, denn warum sind die Mittel an der Schnauze? stop, stop! Lalalalalala Nein, lecker! Na, doch mal geht's! Nein, peppermat. Geek in. Oh Shit. Das ist sicher schon. Laibassa fucking shit. Jawohl. Da lässt es aber einer raus. Shit! Okay. Entschuldigung. Da war so gebrochen da drin. Wird ja für die Marschbrunnen. Das Problem ist dann weg bei Marino. Äh, nicht? Und als nächster Marschbrunnen nicht. Ja, ist ja gut. Mal umdrehen. So. Vielleicht ist jemand einen Kommentar dazu abgeben. So. Äh. Vielleicht kommt man hier hin. Oh, stimmt. Oh, jetzt kann man hier überhaupt nie weiter. Ach, du meine Bitte. Okay, okay. Ja, ich muss das nicht. Das geht dazu nicht. Ah, also man kommt auch noch weiter. Ah, das heißt... Ah, das kann man nicht. Okay, ich muss da gucken. Aha. Das heißt, der Bereich ist wirklich... Einen einzigen Bereich. Regierer. Ja, ist gut. Wirklich, ja. Na gut, dann mach ich... und connect. Un... Un... li... ... Keep the pace Oh, we do Mit anderen scheint es egal zu sein. Was auch hier. Okay, wahrscheinlich wird er gleich die Web wechseln. Hier nicht Menschen zu fassen. Ach du meine Güte! Drei Menschen, das ist ja gar nichts. Probierst du das wieder frech? No, weg damit. Guten Appetit. Was ist kleiner? Ja, das ist alles. Ha, weggeschobst. Weg mit dir. Da bin ich sicher. Autoren. Vergessen. Hm. Ach, so ein Kompi. Kannst du noch mehr schreiben? Sag ich mich. Humans. Jumis. Jumis, 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 Jumis moons. Ich kann schauen, wo sind die jetzt alle? Sind alle schnauze voll. Das ist auch heftig, wenn meine drei Menschen gegen Cry so eine beraffiniert ist. Das ist unmenschlich. Das ist ein Problem mit dem Spinner, sowas ist. Und das Problem ist, dass er die Spawnpunkte des Trickshauses hat. Das bei einigen Maps dann Beton kommt. Zum Beispiel Forrest. Let's go to unit the base! Genau! Seid doch keine Spielverderber! Gut! Also das ist mal eine Runde der Spinosaurus.